Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu DAS TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind hier jetzt auf den garstigen Wiesen angekommen. Wir müssen jetzt in irgendeine Villa gehen. Ich glaube in diese Villa. Und da müssen wir irgendwas finden für unsere alte Freundin, die irgendwo anders steht. Und dann gehen wir jetzt rein. Bordel anwesen. Bordell anwesen, okay. Wir sind in einem Bordell anwesen angekommen. That's nice. Oh mein fucking Gott, he looks so fucking creepy. Ah, lauf, okay. Ich laufe. Fuck. Oh mein Gott, I'm scared as fuck, I'm scared as fuck, I'm scared as fuck. Lauf, 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 lauf! Fuck my life. Oh mein Gott. Nein, lauf, hab ich gesagt, du idiot. Lauf, lauf! Nein, lauf, 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 oh mein Gott, oh mein fucking Gott, what the fuck is happening? Okay. Is it gone? I think so. Well, this coral woman better start explaining herself. I can't... Okay. Boah, Alter, das war jetzt echt heavy. Der Geist war echt creepy as fuck. Alter, der sah echt cool aus, muss ich sagen. Der sah echt cool aus. Pisst euch. So, jetzt können wir jetzt durch Ranken hochgehen. Finally. Ja, die können so durchfliegen, ist klar. Macht Sinn. Man, diese scheiß Käfer mit ihren scheiß Kokons, ey. Die hab ich schon nicht vergessen, die scheiß Notiz. Ja. Ich scheiß auf die Notiz. Ich brauch die nicht lesen. Let's get welcome, welcome. Danke schön für die Geld. Ich weiß nicht, ob ich hier lang soll. Oder sind wir da schon lang? Also wir haben auf jeden Fall ein Ding geschafft. Anhänger des Feiklings haben wir bekommen. Er ist aber nicht so cool wie der andere Anhänger. Oder? Doch, der bringt... Uh, der ist 5000, ja. Aber der ist so... Der ist so weak. Scheiß drauf, wir nehmen den, der mehr Damage macht. Nice. Ich weiß nicht, ich glaub wir waren hier schon mal, oder? Ja, waren wir auch, Alter, Milchhai oder was? Ja genau, hier ist zwar der Ausgang von der alten Koramora Korabombora Sprechern wir mal kurz ab Hier, Koramombora Tatsachen, hier ist die garstige Ranke, auf die wir hoch müssen Well, 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 look at this Mal gespeichern Boah, die ist lustig Die Dinger sind grauenhaft Unten oder oben ist die, glaub ich, egal, weil wir zu beiden Sachen hin müssen Ja, ja, so ist das, so ist das Ich sag doch, die Dinger sind so behindert einfach nur Solche Drecksgegner Das sind diese typischen Asshole-Gegner Keiner will mit denen spielen Aha, das hat grad Sinn gemacht Okay, den haben wir auch wegrasiert Wieder den Typen Der war gerade noch ein Miniboss Und jetzt ist das ein normaler Gegner für uns Ja, so kann das laufen, Leute, ne? Wenn man einfach so gut ist Dann werden Bossgegner zu normalen Gegnern einfach So ist es So ist es schon wieder Boah, jetzt hat er mich erwischt Boah, jetzt hat er mich erwischt Alter, Mann! Geh, scheiß auf den Kein Bock Absolut kein Bock mit dem zu dealen, was ist das denn? Er macht irgendwie so komische Moves, wie man nicht ausweichen kann Richtig Opfer Och nee, pisse doch nicht Fuck your mama, asshole Can kauw Abonniert Magi Oh Geh Boah Schön auseinandernehmen, Spaß Ja, das ist das Ding Ich block den, den Pisser Und der blockt mich auch irgendwie Weil das gar keinen Sinn macht Und dann denkt er sich, ja, ist okay Fick dich doch Fick dich doch an, der Schwanz, logisch Ach, alles Get rekt, assholes Wuh Das macht keinen Sinn, diese Attacke Dass die mich trifft Das macht einfach wieder No fucking sense Und dann gehen wir auch wieder tierisch Auf den Sack, dass ich hier andauern sterbe Okay Fick dich, geh runter Ich scheiße auf euch Cool Ich kann natürlich nicht runter, weil ich nicht so ein scheiß Ding hab Cool Tötet mich doch einfach gleich wieder Tötet mich doch einfach noch mal Come şurad Tötet mich doch immer wieder Das tut Tötet mich doch nicht Aber D Tötet mich dochить G� We Für Das war's für heute. Wo wir vorhin gestorben sind Bei dieser scheiß Ameise Und die ich jetzt herzlich scheiße Natürlich trifft mich das Ding Warum auch nicht Mich trifft ja sowieso jeder verfickte Scheißmann Warum sterben wir hier nicht gleich nochmal? Na klar Warum vergiftet uns diese scheiß Ameise nicht? Ah get wrecked assholes get fucking wrecked motherfuckers Ich glaube das ist das einzige was den Trickdamage macht Dieses Ding von Frigid Aber Frigid ist zu schwach Deswegen hat es keinen Sinn Ganz ehrlich, ich fick den mit dem Top Ich weiß nicht ob ich hier hin muss Aber ich nehme es auf jeden Fall Speicherpunkt ist immer nice Okay wir sind jetzt hier ganz unten Ist hier die nächste Die nächste hier wisst schon Die nächste Villa Toll Der Typ Oh die nächste Villa ist da Hallo Ich weiß nicht wo wir heben müssen Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Alter, ich weiß nicht, wo ich hin muss Ich hoffe, ich bin fucking richtig Weil ich hab keine fucking Ahnung Boah, ich bin richtig anscheinend Boah Fuck you, asshole Der Geist war echt creepy Hallo Hallo, ich würde das Chicken gerne haben Dann... nicht Pech Geht drauf, guys, sonst Lass mich in Ruhe mal... Nein Ah, ich... Ich bin richtig... Ich bin mal, ich bin mal... Ich bin mal... Das war's für heute. Fuck you assholes, fuck you. Warte mal, jetzt hab ich... Ich muss hoch und nach rechts, okay. Dann komm ich zur dritten Villa. Und dann muss ich später... Keine Ahnung, was... Speichern, Bitches. Cool! Wir haben die... Ah, Leute. Ich kann mich nicht mal in Ruhe verabschieden. Cool. So. Also, wir haben die Villa abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich töte hier noch die Spasten. Ihr seid übel geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.